Jo meine Freunde, ich bin Skillikartes, Shale LP und ich spiele heute zusammen mit Messi, also Blitzcrank, als Blitzcrank und wir probieren heute mal 6 gegen 6. Und wir merken gerade, dass wir eigentlich relativ scheiße dran sind, weil wir so außer Kasadin als Halbfernkämpfer eben keinen Fernkämpfer haben. Aber eine relativ gute Kombo mit Blitzcrank und Lee Sin wird ja so Ulti, äh, wird ja so Ulti, einen Knock-Up haben. Aber die haben bis auf Y und Katharina eigentlich ein vollkommenes Fernkampfkämpferteam. Okay. Aber die spielen auch mit Double Top Lane. Oh lol. Kragas wird mitlein gehen. Ich finde schon Double mitlein, Solo Top. Ja, aber die können eigentlich Triple mitspielen, Katharina, Wager und Kragas. Nein, Katharina geht nicht top, Rinder Kragas top. Ja, oder Jinx Mitte. Oder Jinx Mitte. Die haben vier Mitlein. Hm, super. Okay, keine Ahnung. Dafür haben wir schon... Hallo, wir haben übelst die Late-Game-Kumpel... krassen Leute. Kasadin. Das ist einfach so... Mh, geil. Ja, aber wir haben Kasadin und Darius. Kasadin und Darius, Alter. Lee Sin. Schau mal, Bot Lane werden wir eigentlich... Nein, werden wir überhaupt nicht. Wenn du jemanden rankrippst, ja, das kann doch sein, aber wenn du jemanden rankrippst, ist der einfach tot. Weil der einfach so... Aber ich hätte einfach so einen Haltes Burster mit rausgebracht und der so einfach hart OP ist. Auf jeden Fall, wir gucken mal. Es kann doch sein, dass wir gegen Katharina und Wager Bot spielen. Wenn Jinx Mitte hingeht. Ja. Aber wir haben keinen Teleport. Doch haben wir da, ist der Teleport. Ja, deswegen haben wir verloren, wenn es geht. Ja, deswegen haben wir verloren, wenn es geht. Ja, wir gucken. Aber es ist... Ja, aber das heißt ja nicht gut. Ja, wer weiß, was noch im Team ist von uns. Na, Lee Sin hat... Warte mal gleich. Okay, Lux und Kragas sind sehr gut. Toll. Karl, die sind alle unranked. Alle unranked. Alle. Hm. Und Katharina ist Brosse 1, der Rest ist Brosse 3. Brosse 3 und Brosse 4. Also, schon schaffbar. Brosse 3 und Brosse 4. Ja, Jinx steht in ihren Jinx-Game immer 6-6. Okay. Unser Lee Sin ist Brosse 1. Ja, wir haben einfach... Ne, im Teamfighter müssen... Wenn wir im Teamfighter rankommen, haben wir es... Also, wenn wir ein Teamfighter haben, wo man nah rangeht und wir die Jinx sofort rausfokussen, dann haben wir sehr gute Chancen, weil einfach daraus ein hartes Brosse damit raus wird, genauso wie ja so. Aber wir haben... Also, bis auf Lee Sin... Also, nein, du, Darius, Doktor, ich habe einfach... Noch sage ich jetzt mal, ne, wir können mehrere... Nehmen und nicht einen raus... Und die haben alle Leute, die... Bis auf Kragas, die... Oder Wager ein bisschen mit der W, die... Einen rausfokussen. Weil die eben nicht so richtig Flächenattacken haben. Ja, aber... Die hat sie eben nicht immer. Weißt du, Darius hat Q, die hat am Ende noch... Darius hat am Ende keine Abgelenzenheit mehr. Ähm, Kasadin, wenn er ein bisschen Mana baut, hat er auch immer so gut mit seiner Ulti den Schaden. Wir sollen gucken, ob der, ähm... Wir sollen den Wertwaffe beschützen. Ja, wir schützen, dass die, die nicht machen. Komm einfach hierher. Bei 40 gehen wir wieder. Just to see. That's a pretty word. Komm, wir laufen noch eine Runde um den Red Buff. Choo-choo. Okay, gehen. Just looking for a road, help me. Geh nochmal da lang. Okay, sie sind nicht da, komm her. Ich will auch keine XP jetzt verpassen auf der Lane. Weil, um gegen Jinx anzukommen, muss ich ein bisschen den schnellen Level 2 Vorteil haben, deswegen. Katarina und Kragas Top-Lin, ja. Kragas ist, spielst man aber. Aber auf den hohen Level 2, das looks, auf den hohen Level 2, spielen wird auch Kragas Top-Lin schon. Guck, und ich habe eben auch das, wenn ich 100 Stacks habe, block ich eben den nächsten Angriff. Ich habe jetzt mal die Wand geskillt, weil, guck mal, ich kann auch, wenn ich meine Wand gut mache, dann kann ich die Luxulti blocken. Guck, jetzt habe ich wieder 100. Warte mal in den Gewicht. Du könntest auch mal langsam versuchen, sie zu flacken. Aber die Lux scheint auch... Ah, gut. Ich dachte immer schon, wie viele sie nicht sind. Warte. Aber das ist dumm, ich kann keinen Luxulti blocken. Ach, bin knock-upped hier. Nein, Lux hat die Kanten nicht mehr. Weil die ja durchgehen. Karl, was machst du denn so? Aber Jinx, Dings, es geht leicht. Oh, da kommt die Y, auf die Y, auf die Y. Okay, es geht. Ähm, Y. Okay, der Clash runter und runter. War okay. Wir haben jetzt zwar kein Kind bekommen, aber man sieht schon mal, dass wir relativ im Team gut sind, weil der Kassadin auch gleich mit runtergekommen ist. Das war sinnvoll. Genau, guck, wir machen einfach, wenn wir jemanden da haben, ist einfach das Damage so groß. Also wenn du sie jetzt bald crappen konntest. Warte, ich fuhre mir die Wechsel. Oh, geil. Ich habe Ignite drauf. Ich gucke. Wenn wir jemanden dran haben. Was ist denn das für ein Typ? Aber okay, besser. Ich habe es nicht gesehen, aber es ist immer noch besser, als dass die Gegner den Kühl kriegen. Ja, mach das. Lass. Hm, ja. Aber, nee, warte mal, warte mal, warte mal, stopp, 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 äh. Da. Weil die, hast du noch den anderen? Weil die Y kam immer, weil die Y kam immer von da, von Trybush. Hey, Lox. Wir haben die Jinx gekillt. Okay, warte mal. Okay, weil zwei Guti-Drops kann eben auch mal einer sein, der klingt. Ich akzeptiere es. Warte. Mh, kauf erstmal Rubinstein. Wenn du jetzt jemanden grappen könntest, ist das egal, weil ich habe das Hochwert. Ich denke, es ist... Ich habe auch recht, Ulti. Das ist okay. Das ist eben das Problem, wenn wir zu hart pushen, das kann dich nicht blocken, da musst du selber gucken. Das und James Ulti sind die einzelnen... Äh, und Lux Ulti sind die einzelnen Sachen, die ich nicht blocken kann. Jetzt, crap, crap, crap. Crap, crap. Crap, bleib drin, bleib drin. Sie sollen denken, dass du nicht weißt, was da noch drin ist. Hm, geh vor und Crap. Der hat da sehen dich, ich weiß nicht, dass er da ist. Jetzt, Crap im Moment. Warte, ich gebe mal kurz den Striper schorden. Gut. Und jetzt, ich glaube, ich könnte das werden GG. Ich habe Ulti, deswegen. Das war jetzt dumm. Jetzt, jetzt, Crap im Moment. Love somebody. Oh, jetzt hat sie ja auch noch ein Kettler, das hat im Schild. Las, 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 las. Sie hat Barrier. Aber sie macht ja eben noch kein Damage, das ist auch gut. Warte, warte. Jetzt, geh, geran, komm. Ja, warte, warte. Oh Mann, ich bin so blöd, mein... Hm, ich habe gar nichts getroffen. Entschuldigung. Das war schlecht, warte. Okay, ich gehe gleich back, dann kaufte mir Insta-Statik-Stich. Ja, warte, komm, wir probieren es noch mal einmal, wir sind so ein toller Geschenk. Oh, da kommt Y, scheiße. Warte, wenn wir mich jetzt... Okay, weg, 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 weg. Okay. Oh mein Gott, warum haben wir die Y nicht gesehen? Ach, scheiße, der Ward ist gerade abgelaufen. Komm mal mit, wir gehen mal hier rein, kurz. Ich will nur gucken, ob die Y noch da ist. Aber die, denkst du, es ist so low, das ist schlimm. Die nehme ich mir dann. Ja, komm, er ultet ran. Er ultet. Was ist denn das für... Hm, schlapp, Schwanz. Fuck, ich will den slow, fuck, fuck, fuck. Ich kann mich jetzt essen. Fuck, fuck, fuck. Bleib da, er muss selber überleben oder er stirbt eben. Okay, well, egal, den hat sich genommen. Ah, das war jetzt scheiße. Na ja, egal, den hat sich genommen. Ein paar, Carl, machen wir bitte ein Wad. Hier, dahin, dahin bis jetzt. Geh weg. Komm, geh weg, weg, ich bin wieder da. Ja, geh trotzdem weg, kauf dir was. Kauf dir aber echt Robinschäu am Anfang. Du brauchst ein bisschen mehr Leben. Aber du, ähm, ne, kauf dir echt Eis gewonnen. Die läuft, die haben eigentlich Chinks und solchen Ulti gemacht? Ne, oder? Ich weiß nicht. Ich hab mir gedacht, dass du mal du bist noch da bist. Oh, jetzt sind sie ja richtig aggressiv gehen dran hier. Das ist schlimm. Was ist denn so? Das ist so gut. Das ist aber ganz lustig. Du darfst doch wieder kommen. Komm. Lass dich doch. Okay, grab sie, grab sie. Oh, okay. Jetzt auch da mit you. Hast du normal wards? Warte mal. Die haben uns jetzt öfter ganked. Die haben uns öfter durch den Tribush ganked. Und die vier dann eben oben hin. Genau. Boah, siehst du. Die haben dein Wort von Klumsch. Komm. Lass mich. Ich mach kurz, ähm, das nicht. Weil... Ich mach kurz. Ich mach kurz. Ich mach kurz. Ich mach kurz mit Kills. Also, wenn sie ruhig da sind. Die werden alles rauskommen. Ähm. Oh man, Leute. So erklärt. So erklärt. Okay. Ich hab nichts gesagt. Boah, man. Die drücken ja hart. Schade. Ich hab aber noch nicht ulti. Ich hab noch nicht ulti. Ich hab noch nicht ulti. Nein. Geh in die nächste. Dann kommt sie weg. Ich tanze. Okay. Okay, die haben Worten. Deswegen. Oh, wir haben keinen Wort. Ich hab dir das Wort-Item immer. Du hast ja gar nicht probiert. Ich hab's gelacht. Ich hab's gelacht. Aber nicht als erstes, bitte. Nein. Ich hab's gelacht. Wir brauchen die Wards. Aber du wolltest doch eigentlich nichts kochen und essen. Ich hab's gelacht. Ich hab's gelacht. Ich hab's gelacht. Ich hab's gelacht. Ähm. Außer, es ist keinem Eis gewonnen. Ich hab's gelacht. Ich hab's gelacht. Es ist aber sinnvoller. Boah, geil. Ich bin immer echt nie wieder. Noch einmal. Ich bin immer noch nicht. Ich bin immer noch nicht. Aber ja, so, dass das so easy waren. Obwohl es noch nicht mehr vieler ist. Boah, Mann. Ich wusste nicht, ob ich mich nicht connecten sollen. Wenn du jetzt mit dem Trennen-Trennen-Trennen-Trennen-Trennen-Trennen-Trennen-Trennen, egal. Hä, was? Ich hab doch ulti gedrückt, man. Hm, ich bin so schlecht. Hä, ich dachte, hm, schmörder. Ich dachte, hm, komm. Trotz ist weg. Oh Gott, ich bin so schlecht. Die Y ist da. Da, Y hat sie aber hin teleportiert. Wer von den teleportiert? Ne, Lux hat sie hin teleportiert. Okay, ich dachte, das wär Y. Hm, ein bisschen teleportiert. Ich hätte aber noch kein Wort. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Okay. Hm, nehm. Ja, crap. Jetzt geh ran. Ne, ähm. Ja. Ja, gut. Grab sie, grab sie, grab sie. Okay. Oh mein Gott. Ja, geht nur jetzt. Okay, noch da ist alle gehen ran. Da geht noch. Runtergang ist der sinnvollste Gang. Ja. Okay, hier ist die. Ähm, der Dings ist es weg. Vielleicht kommt einer wieder hier runter. Oh, chacke. Ja, Welker kommt. Geh weg, geht schon. Ich komm. Ich komm alle. Nein, nein, nein. Dann laufen. Aber das war schlecht für uns. Hm. Ich glaub jetzt nicht gleich am Anfang auf 100% Kritschus, aber... Was? Ich komm alle. Ich komm alle. Ah, gut. Oh, das ist ja viel zu spüren. Aber der ist ja überhaupt nicht slow. Oh, ey. Oh, ey. Ja, richtig. Schaut. Lass sie doch. Alter, lass sie doch flashen. Leute. Hm. Wir sollten die Minions mitnehmen, damit wir besser version machen. Das ist gut so. Krass, weil die kann auch wieder wegkippen. Ich reisse. Wie ist denn das? Was? Oh, was? Was? Wuhh. Ah, nein. Ja, das habe ich. Ich gehe da rein. Wie geht da rein. Ja, ich hab die gesessen. Ja, gg, so gut. Oh du, hast du das jetzt? Hm, mach mal. Hm, mach mal. Hm, mach mal. Okay, mach mal. Okay, da kommt Rhaegar. Ist Rhaegar gut? Kann sein, das hat mir überhaupt nicht gelockt. Gibt es Rolipointe? Nein, ich wollte nicht connect lassen. Jetzt gehen wir ran. Okay, nein, da komm ich. Ja, komm, naaaain. Ja so OP, Bitches. Hahaha, wie geil. Guck mal, ich hab jetzt mit schon mein drittes Item fertig oder so. Hm, das ist schon wieder so. Aber irgendwie. Geil. Oh, Hardcore Wager ist wieder da. Das ist ja nicht. Einfach mit meiner Ulti vergenommen. Oh, Hardcore Lux. Äh, denkst du, ich komm mal. Kannst noch ein bisschen da bleiben. Du kannst noch ein bisschen da bleiben. Kannst noch etwas nicht auf jeden Fall kommen lassen. Du kannst noch ein paar Polen fliegen, wenn's das richtig wegkommt. Oh! Ja, so gut. Jetzt darfst du dich Bellen mal spielen. Genau, ich darfst du schon mal machen. Ja, klar, klar. Das liegt jetzt auch schon. Super. Dann x-triple. 10-0. Ja so, wie kann ich denn? Top-0. Woah. Kann ich mal machen. Da gibt's die Englisch-Girls hier. Ja okay, steht top-0. Oh, Kragen steht 7-2, ist nicht zu geil. Ja, die haben sechs Kürze oder so, ist nicht ganz gut. Ja, Kragen ist halt auch was anhalten, oder? Oder mein Gott. Nee, ich muss den Top-0. Ich muss den Top-0. Ich muss den Top-0. Okay, kann ich nicht. Jetzt aber da ist. Ja, gut. Nee, komm von da. Oh, da ist Lux. Und Katharina. Komm, komm zurück. Oh, Lux ist da. Treff dich an. Nicht damit. Komm hier hin. Komm hier hin, komm hier hin. Fahrgast ist schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab keinen Klir gefunden. Ich hab die alle laufen. Ich hab die alle laufen, aber... Oh Gott, wie schlecht. Ja okay. Aber die sind alle relativ low. Katharina. Danke. Die haben sieben Kills hier dann. Hier sind noch kein Damage. Aber da muss ich jetzt drauf gehen. Wir sind gut. Hat der einen Ward? Okay, er hat keinen Ward. Das ist scheiße. Das ist nicht so gut. Ich kaufe dann danach auf. Ähm. Frosthorbe. Das ist echt grad nicht so schön gewesen. Aber ich hatte auch nen Scheiß Position. Ich war genau drin und die haben mich alle gefokust. Deswegen war es nicht so geil. Mach ich weg. Äh weg. Wir würden es schaffen zu 6. Ja, das ist weg. Na, hab ich geschafft hier alleine. Dann kannst du ja den Pugauf nehmen oder so. Willst du den dann auch? Weil ich brauche echt keinen Pugauf. Ich hab so geringer Abpugarten schon. Kannst du den haben? Was? Ja? Lass mal. Das kannst du nicht echt preppen lassen. Lass mal. Lass mal. Lass mal. Ja, warte mal da oben. Da oben. Warte. Da. Da. Lass mal. Und Luchs und Chinks gerade sind. Das Waker. Und Y ist auch da. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Soll ich Waker noch schnell nehmen? Ich weiß nicht. Hm. Okay, also den hat er raus. Nein, die sind zu viert. Wir gehen weg. Nein, die sind zu viert. Ja, aber die sind zu viert. Das ist das Problem. Warte mal, wir fahren einfach zu bisschen. Okay, jetzt hab ich wieder aufgestellt. Okay, sie sind alle da oben. Warte mal. Warte mal. Müssen wir hinfahren. Fuck. Unten am oben. Kragas. 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 Lass dich attacken. Lass dich attacken. Ich bin da, ich bin da. Köppi, jetzt. Jetzt köppi. Jetzt. Oh mein Gott, Katharina. Du hast Damage. Super. Ich kann gar nichts tun. Katharina macht einfach ein Damage. Die fokusset mich eigentlich übelst. Ich bin da draußen. Dann hast du keine Chance mehr. Scheiße. Katharina. Nein. Okay, Katharina. Oh mein Gott, scheiße. Kaff dir mal Magie Resistence Kahn. Okay. Sehr schön. Sehr gut. Ich nehme mir mal Wager. Der gammelt da so allein rum. Komm her. Komm her. Der hat gewartet. Lass bitte. Lass bitte. Lass bitte. Lass bitte. Komm herher. Komm herher. Wartet da hin. Und Krebs Effekt. Da hinwartet. Sehr gut. Karl. Machst du bitte nochmal hier in Watten. Karl. Machst du nochmal. Wenns geht da und da in Watten. Dann würden wir nämlich das nicht verliehen kommen. Okay. Hier ist Krabby. Karl. Wir sollten... Hm. Top nicht. Darius. Oh mein Gott. Nein. Nein. Wir geben nicht auf. Ähm. Könnt ihr mitleihen? Komm bitte. Nicht alle. Verfolgte 5-2. Nicht verfolgen. Nicht gut. Verfolgen nicht gut. Lol. Ihr habt es geschafft zu zweit einzutöten. Äh. Zu viert einzutöten. Aber nein. Wir verdienen Midlane. Weil sie zu unfähig sein. Oh mein Gott. Das Team ist so gut. Hm. Ähm. Kannst du ihm helfen? Weil er... Wo bin ich gut? Boah. Diese Ulti ist einfach zu gut. Ja. 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 Wir haben Topling keinen Power. Wir haben Topling keinen Power. Ja. Kann ich alleine machen. Dann müssen wir mitlemmen bleiben. Ich habe auch 50 Spun wieder Flershot. Ja. 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 Ich mache das nicht. Ich mache Dregion. Ja. 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 Dann krieg ich nichts. Ich mach... ich mach Dragon. Hier gammeln 5 Leute... äh 3 Leute rum. Da. Nicht hingehen. Ich werd den ganzen Hinspushalder da... Außer wenn du mitkommst dann. Okay, sind alle wieder mitlenken. Sehr gut. Dann muss ich auch mitlenken kommen, weil... Ich hab mich schon in der Fall. Ich bin nicht unter den Seiten gefallen. Bitte schön. Oh Gott, ich bin nicht... Oh Gott, ich bin nicht... Nein, ich bin nicht... Oh, krass, ich bin nicht mehr... Es hat mich geholfen... Was? Ich krieg... mh, Schaden! Oh Gott, ich bin nicht mehr... Ich bin nicht mehr... Huuuuii... Ihr habt ohne mich angefangen zu fighten... Wo ist denn mit... Ich hab mir das Frosthimmelchen... Das hat ein normalen Slow. Wir haben... wir brauchen viel mehr Water... Wir haben überhaupt keine... 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 Keine Sicht überhaupt nicht... Hier Katharina... Dings ist alle... Der Tau ist da, ne? Ich spiele zum nächsten... Guck mal... Das ging schneller als... Wie geht das? Ich bin... Ich bin halt... Ich bin halt... Ich bin halt... Ich bin halt... I bin halt... Katharina und Caragas... Katharina und Caragas... Katharina und Caragas... Und wieder fängt einer an zu fighten... Was ist das? Oh mein Gott! Okay, ich hab mich haltet. Okay, okay, okay. Oder? Diesen, diesen ist da. Diesen ist da, diesen ist da. Geh weg. Geh weg weg. Ah, okay. I lost. Sehr gut. Das war mal wieder eine gute Option. Haben wir die geäst? Nein, den Jings lebt noch. Sehr gut. Das war aber richtig gut. Und zwar rufen wir Defensive Squad. Ehm, Karl tanken? Oder Risse? Okay, wir können jetzt Baron machen. Na, sollten wir hier nicht. Wir sollten den nächsten auch machen. Und dann rufen wir weg. Nachdem... Nein, die leben jetzt wieder. Ja, okay. Sehr gut, geht weg. Jetzt alle weg. Nein, no. 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 Geh nicht zu Baron. Nein. Wir müssen Baron warden. Warden mal. Bitte geh zu Baron Warden. Weil ich denke, die orientieren sich jetzt zu Baron. Warden mal bitte. Ich bin mal in Deutschland. Ah, jeder kann nicht sein. Dann bin ich steinig da rein. Gummeln. Ich bin ihr CLS calibig. Hawaiiuar. Die macht sich halt jetzt langsam alle Schaden. Das ist das Problem. Na, oh, warte. Okay, Kassadin hat auch 10 Kills. Tschuld. Warte mal auf Kassadin, bitte. Wir müssen die Einzelnen draus nehmen. Wir müssen, ähm, warte mal. Katarina und Kragas sind das nicht. Nicht so drüber auf einmal auf. Ich guck, das ist schon wieder der Scheiße, ne? Ich würde nicht zusammenbrechen, sondern jeder Einzelne, der da eben reingeht. Karl, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Crap, jetzt crap, 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 crap. LOL! LOL! What the fuck? Krasse Scheiße. What the fuck? What the fuck? Krasse Scheiße. Oh mein Gott. Der Sam hat einfach mal ins und geholfen. Na, das war geil. Ich bin zu beider, aber noch ein bisschen. Ich muss jetzt ein bisschen vorrecken. Na, das kann ich auch mal. Ich bin zu beider. Ganz ruhig. Wir müssen den Tower da einreißen. Wir machen den Botline Tower mal. Karl, komm, wir machen noch mal Träcken. Ja, ich krieg ja dann, ja. Na, das bezweifle ich nicht, aber... Geschwindigkeit. Ich hab 5 AP. Ja, ups. Alter, mit diesen 5 AP zerleg ich alles. Ne. Ich hab' ich keinen Lane-Präsenz gerade. Ja, okay, Mann. Ja, okay, Mann. Macht ihr, aber ich mach' nicht mit. Nein. Einer muss Backup kommen. Weil die werden euch da jetzt eiskalt kühlen. Ganz sicher. Aber wenn ihr's so wollt, dann... Die werden jetzt euch eiskalt kühlen dürfen. Ganz sicher. Ja. Schon der Erste da. Guck. Nicht zu. Hä, warum steh ich da jetzt rum, Leute. Weg, weg. Jetzt okay. Auf Katharina. Die muss gefokust werden. Nicht Weyger. Gott. Katharina muss gefokust werden, aber nein. Wir fokussen Weyger. Das ist wieder mal gut. Ist wieder mal gut. Ist nicht weg. Wasp, 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 wasp... Die Mannweben? katharina katharina Okay, jetzt. Katharina ist tot. Wer ist denn da noch jetzt? Jinx. Und Weyder. Weyder gibt auch noch einen Freaker. Nein, wir folgen jetzt nicht. Wir pushen jetzt weiter. Justice. Ich muss irgendwann mal einen Split-Push machen, dass wir den E-Bücher wieder kriegen. Hä? Alleine bei mir. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nur ein Definitive-Item bauen soll oder vollkommen auf Schaden. Ich würde sagen, hm. Ich mach Guardian Angel. Hä? Nein, das ist scheiße. Ja, das ist nicht Definitive. Es gibt ja nur 18. Hier. Ich kauf jetzt zum Guardian Angel. Aber Guardian Angel ist sinnvoller. Ich kauf jetzt die Wired-Iron. Ich kauf jetzt die Wired-Iron. Ich kauf jetzt die Toad. Waaah, jetzt hier ein Rastlöcher. Waaah, jetzt hier ein Rastlöcher. Katharina da, Katharina. Auch Katharina. Fuck. Ja, okay jetzt ist immer eben fertig. Fütlich schaden. Oh, Katharina, Katharina, fuck! Katerina 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 Sie macht Damage ohne Ende Ja aber krass Katerina muss Damage ohne Ende Wir haben noch 20 Sekunden Zeit Ähm könnt ihr da mal Deffen bitte Ich kann gut das machen aber Kein Sinn Kein Sinn Kein Sinn Kein Sinn Oh fuck 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 Fick 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 Ja 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 Ah er holte die Ja Oh mein Gott was dumm war das dumm Hm Hm war da schlecht Aber Botlin Oh kacke Wir haben nur noch einen Tower Fick Darius Böse Darius ist tot Ok nein er loscht nicht weg Nicht fighten Die Katerina ist ok Die Katerina ist vollkommen OP Das könnte er nicht mehr Naja Nicht fighten Ich bin nicht da Bitte 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 Nicht fighten Klar bitte ich komme So jetzt wird geschaut Jetzt braucht man hier Schaden Katharina muss immer gefokust werden Sie macht einen abnormalen Schaden Der macht mehr schaden als ich. Viel mehr. Ich habe außen. Ja. Du kaufst vollkommen Defensive Call. Jinx ist da. Einfach einzeln die Leute rausnehmen. Mit auf Katharina. Immer auf Katharina. Wo ist Katharina? Da ist Katharina. Ich habe echt keinen geholtes. Da, da ist Jinx. Karl, tank den Tower bitte. Oh, da ist Karl. Ich habe es. Ja okay, ich glaube das war's damit. Aber, GG. GG. Ich tanke ganz sicher nicht, weil damit ich rausfocuse, ist der tot. Lass es, lass es. Wir sitzen nicht nur in einem dummen Positioning. Soll ich nicht mehr las Bärben? Nochmal? Ne, lass Bärben stehen. Wager ist da. Oh, Wager. Hardcore, Junge. Katharina erlebt auch gleich wieder. Crap, hier. Crap, da ist er doch. Boah. Boah. Femm. Du musst mir helfen. Ja, okay. Okay, okay. Okay. Das war's dann. Danke. Das war's. Ja okay, von uns sind genauso viele tot. Nur, dass der ein bester Chemikglied lebt. Katharina. Nee, sie sind da... Nee, es ist du. Die sind Darius. Und bei denen sind Kragas Wailux tot, also. Ja, die sind macht auch noch schönen Schaden. Muss man auch nicht sagen. Darius ist immer da, als sie eben da ist. Aber Katharina ist eben richtig scheiße hart OP. Karp, kauf jetzt nur noch Magier-Resistenz. Nur noch. Ja. Vollkommen. Kauft jetzt als nächstes Guardian Angel, bitte. Ja. Ah, sehr gut. Aber du musst jetzt nur noch Magier-Resistenz kaufen, weil Katharina ist das... Ja, sie machen Barren. Lass sie Barren machen. Die haben keine Chance, den Barren zu stehlen. Die sterben alle. Nee. Warte mal, warte mal. Ich guck mal. Ähm. Du kannst noch kaufen... Hier das da. Benches Wild. Kannst du noch kaufen. Das da. Das da. Oder du kaufst noch... Ähm. Du kaufst noch Ägide. Das wäre auch gut, Ägide. Weil jeder gibt dem Team auch mehr. Also das ist sinnvoll fürs Team. Ähm, Botlane. Guck, das ist wieder immer zu sinnlose Scheiße und dann verlieren wir wieder Botlane. Hm. Wie ich das hassen konnte. Wir gehen nicht ran. Weil die zu tritt sind. Und Jinx Guardian jetzt gehen kann. Ja. Oh. War so sinnvoll ranzugehen. Ich wurde ja nur rausgefokust und bin sofort gestorben. Das war die beste Idee. Überhaupt. Zum Verlieren. Ich schlag ihn hoch. Boah. Da. Oh. Oh, Mann. Du warst noch nicht mal schlecht. Aber, hm. Guck, da siehst du mal als Geblieben-30er die schlechter sind als du. Zum Beispiel Pingu. Ging so, ist dann aber abgeflacht total.